Jürgen Vogt Mein Name ist Jürgen Vogt, ich bin hier auf der Media Convention Berlin. This conference is all to me about the vibe. Es geht ja hier um das Digitale. Um Digitalisierung und Gesellschaft. Hier gefällt mir total gut, dass sie so vielfältig ist. Innovativ. Flashige Aktion. Man trifft super Leute. Hier kann man sich austauschen und es macht Spaß. Das hat man ganz selten, aber hier hat man es schon. Ich bin hier. bei-chin. Ich bin hier. 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 Ich bin hier mit Marokko-Könle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.